Ich bin Christina Sogel und biete in Form von Seminaren und Einzelarbeit tiefgreifende kulturelle, kollektive Heilung an für Menschen, die es lieben, Verantwortung zu übernehmen für eine neue Kultur berührend, lebendiger Begegnung. Ich war dabei, weil ich das letzte Mal vor zwei Jahren dabei war und so begeistert davon war, was da für Menschen zusammengekommen sind, für die alle Selbsterfahrung und Tieftauchen, Tiefgang kein Fremdwort ist und wo es so leicht war, in Kontakt mit ihnen zu kommen und wirklich, wirklich Berge zu versetzen und Welten zu bewegen in wenigen Stunden. Einen reinen Männerworkshop an für Wut. Die Welt braucht deinen Wutmann. Ich möchte, dass du Wut nicht mehr als eine destruktive Kraft, sondern eine leuchtende Klarheit und im Dienste der eigenen Bedeutsamkeit erfahren kannst. Ich wünsche mir für die Menschen, die zu mir kommen, dass ihr Mut belohnt wird und sie merken, wie unglaublich weich und freudvoll es sein kann, in diese Themen einzutauchen und was für ein Stein uns von der Seele fällt, wie sehr wir in der Tiefe aufatmen können, wenn wir durch diese Nebelfelder durchtauchen können und erfahren, wer wir dahinter wirklich sind. Dass ich vor zwei Jahren meinen therapeutischen Kassensitz an den Nagel gehängt habe, vor einem Dreivierteljahr hier in Norddeutschland eine Windmühle gekauft habe und darin jetzt seit diesem Jahr die Akademie in der Mühle für eine neue Kultur berührend lebendiger Begegnung aufzubauen, zusammen mit meinem Mann Rainer und einem befreundeten Paar.